Ehm... So... Ähm... Einfach nur ein bisschen... Der auch viel... Aber... Also... Einfach nur ein bisschen... Einfach nur ein bisschen... Einfach nur ein bisschen... Ja... Ich glaube... Oder? Dass es so spät kommt... Und... Und... Einfach nur ein bisschen... Einfach nur ein bisschen... Einfach nur ein bisschen... Und... Und... Ja... Hier ist Kiste... Gönnendlich... Ich habe schon ein paar Waffen... Einfach nur... Ich habe... Den habe ich löscht... Weil... Nur mal... Sag ich dir... Wenn er mich... Wenn er mich... Ähm... Jetzt... Beleidigt... Dann... 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 Mal... Löschen... Warte... Ich habe keinen Bock... Auf... Fortnets... Mit anderen... So... Perfekt... Weil mein Freund hat mich gerade gefragt... Äh... Bock auf... Warte... Felix... Ja... Zwei wären am besten... Ja... Nein... Ich bin nur ein wenig... Genau... Ey... Warte mal ganz kurz... Okay... Ja... 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 Machs... Machs... Ja... Ich bin schon... Ja... Hier... Ich bin nur... Und... Ja... Nee... Ich werde auch nicht wohnen... Ach... Ja... Ach... Ja... Ah... Äh, ne, den brauch ich nicht. Doch, 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 doch. Ja, doch, 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 doch. Ja, und da kannst du ihn nur mit Handy rein. Ja, da kann man nicht mit Handy rein. Ja, aber Level 10, ja, aber Level 100 ist schon schwer, ich weiß nicht, also schlägt der. Ja, mach mich. Ach, da hinten ist der erste Mist. Ne, ne, ober, lohnt sich nicht die XP-Münze, wenn da so was da hinten ist. Ja, aber lohnt sich nicht. Ich komme ja schon mal in deiner Richtung. Also, 2000 oder was es auch sind, lohnt sich eh nicht. Ich habe vorhin 27.000 XP bekommen und auf meinem Bildschirm wurde nichts angezeigt, weil es so wenig war. Also, lohnt sich auch keine 2000. Also, äh, holst du mich erst mal ab? Jetzt ist er nett. Ja, ja, ja. Guck mal, ich bin schon fast bei dir. Nee, den muss man gar nicht haben. Hö? Ach, egal, komm. Ich bin eh bestätig. Ich bin eh bestätig. Ich muss mal gucken, wie viel Grünes ich bin. 5000. Grünes, 27. Oh, das hab ich mal schlecht geändert. 200.000 insgesamt. Nichts passiert. Ja, ja, ich hab's gesehen. iert mal. Oh, die hast du einschlossend für Teile geworfen. Oh nein, 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 das ist dumm. Oh, nee. Das Eis wird mal ein bisschen dumm getratiert, das Einschlossbäuster. Oh. Was denn? Was hat sie denn gemacht? Angesteckt, hä? Was denn? Der Junge hat gesagt, ich hab was angesteckt. Ich geh zum Auto. Mach's nicht. Aber die macht's schon gut. Nein. Irgendwie lohnt sich nicht. Hol dir. Und du dir. Ich ne Max-Kick mit. Guck dir die Saufpacks. Saufpacks. Irgendwann. Ey. Ja. Das Auto hat irgendwie 300 Tapets. Ich wollte einfach hier schießen, weil ich es nicht einstellen konnte. Dann ist es tot. Ich geh schon mal nicht sitzen. 300 Tapets. Ja. Ich hab 48 Sachen gemacht mit dem Tap. Stand da sogar drauf. Und das kriegt dann nach 50. Dann nehm ich noch mal nach 57 Leben. Ja. Haben wir die wieder nur mit? Mit was kann man die holen? Ja. Ja. Aber ich hasse. Ja, Fall du. Ich hab nicht gesehen, wo die ist. Ich weiß. Aber. Ich find's aber doof, dass man die mit Autos zu lange treten holen kann. Aber guck mal. Das hat nichts von mir auf dem Bild schon geändert. Also. Ja. Ich geh mal weiter. Ich geh mal weiter. Ich geh mal weiter. Ich geh mal weiter. Oh mein Gott! Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh ja ok ich hab auch keine Autoräden das wirkt mir falsch an ja weil der wieder geräuscht wurde und ich hab den doch gekillt am Ende oder? ne weil ich hab den anderen Gegner ja ich sollte das nicht sehen oooh irgendwie da warte irgendwie das ist dadurch so ein Schwitz dadurch dass es so ein Schwitz ähm fühl ich mich auch viel mehr wie ein Schwitzer und spiel auch viel besser finde ich ja wirklich die aun dar die genau ich Das ist alles da, da ist alles da, da ist alles da, da ist alles da. Oh no, shit. Aber erstmal als Nachbarn in der Zone. Oh, Robert, ich weiß, was ich gerade mache, glaub mir. Ein Team geht gar nicht, wir spielen gut. Er von zwei Seiten. Der Inge klappert mich mal wieder einmalig voll. Oh, okay. Oh, okay. Nein. Ich wollte, dass er kipp nie hat. Weil sonst kann ich dann so noch so kommen. ja Es ist auch mal da nicht so, ich kann es gut anziehen. ich hoffe der hat nicht viel gebraucht ich werde das von hinten hin schon snipet aber ich hab gut gespielt ich würde so wer das im turnier hätte ich noch ernster gespielt aber Robert ist noch da also ich wer das im turnier Robert hätte ich noch ernster gespielt aber ich dachte halt das public da muss man nicht so spielen als wäre das im turnier ja das las ich mir so ne das ist so das las ich mir so ne ich spiel doch lieber ganz normal irgend so ich hab den erholt hatte ich mich richtig angestrengt und richtig getryhardet ey aber du musst sagen meiner Ehre ist krass geworden ok die ersten schüsse wo du mir zugeschickt hast dann bleib ich mir so gut arbeiten ich hab mir alles gefehlt da hat man eben nicht mehr abziehungshause und ich hab kein Auto irgendwann guck mal guck mal das mach ich jeden Tag mit deiner Bahn das muss ich da machen ARD Text im Auftrag von Funk 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 Denkst du die auch gehabt, warum die unter meiner Familie gehad? Echt, echt, du denkst du so, ihr Mann ist eine Mama in der Familie weggeleidig. Ich hab den letzten Sniper gefliegt, aber ich hab den immer gefliegt. Ich geb den mit einer Granate, also mit einer Granate gebe ich den, mit der zweiten, mit der dritten auch noch. Und dann ist er erst gestorben, nach der dritten. Ja, einer wär ganz gut. Oder ich krieg hier mehr raus. Ich hab's aufpasst. Wär's mal. Aber die Spitzhacke ist wirklich schwitzern. Die Spitzhacke ist wirklich schwitzern. Findest du auch, dass die Spitzhacke sind? Die Spitzhacke sind wirklich schwitzern. Ja, das ist doch nicht so. Das ist doch ein Problem. Das ist doch ein Problem. Ich hab einen Dänken-Dunnen. Ich hab einen Dänken-Dunnen. Oh mein Gott, das ist ein... Oh, die wollten nicht, dass wir den Kühl kriegen. Hä? Aber weißt du, was ist dumm? Was finde ich daran? Also was ist... Ja, ja. Krass finde ich daran. Hierbei, die Gleichheit ist für ihn. In Sackgleich. Das war schon krass. Ja, das ist alles krass. Wir gehen auf Anhalter. Das ist alles krass. Musik Ah, das ist so schön. Ey, lass den hier. Ich hab den auch gemacht. Aber das war sogar mal ja. Das ist so gut. Ja, ich leg mich richtig ab. Jetzt schon. Und was passiert? Weil wir heute halt extrem buch sind. Und was passiert? Immer noch Müll. Hä? Ja, wo ist das? Doch, es ist ein Endgame-State. Wow, ich hab mich selber gesehen. Ey, komm doch. Junge, ich verbrenne. Ich war zu heiß. Ich war zu heiß. Oh, sorry in meinen Arsch. Ey, du weißt, was wir jetzt machen, gell? Hol die Chaya. Hol die Chaya. Ey, den muss ich mitmachen. Hoghä. Schöpferche. Wiepfer schaas. Ja, komm Das war's für heute. Ich bin hier. How many chances she done get you before I waitin' he die? I was in the other one, Kyle? Yeah, I mean... I just came from the A. I drove back home. Six-hour drive, six and a half. Before I left my stop, I had seen my 21 in the studio. That is a good impression. Yeah, I was kids with them ring in the studio. That's when I knew you stand up. I love seeing a bit like that. So this is on the side, yeah? I don't want to know what they have to do. I'll see you again. Everybody got their thing. Some **** make millions. Other **** make memes. I'm on a money routine. I don't smoke a mom cream. I don't want to know what the pair says. This is a marathon and I'm away. I've been playing a bad for my leca promotions. I never was wrong for the Bragons and Bougs. But if they have a sock on my wall, then kill I die. Das ist ein Epic Games. Man merkt schon, wer ist der auch gesetzt? Das ist ein Epic Games. Das ist ein Epic Games. Das ist ein Epic Games. Danke. Er lässt sich nicht mehr... Er will die Reifen kaputt machen Er will die Reifen kaputt machen Er will... Er wollte die Reifen kaputt machen Er wollte nämlich die Reifen kaputt machen Warte, ich kann mir nur noch Kohli, ja? Oh, weiß. Oh, ein Gini. Warte. Geht das? Das geht, gell? Ich kann drei Benzinverlösen mitnehmen. Eee, komm mal,born können Sie denn? Was ist denn da? Was? Eee, Da hitten man das Auto! Da! Eee! Ich kann mich untenar Guten. Dann wissen Sie, dass ich hier." Da ist ein Schmutzler. Da ist jetzt der erste... Da hinten sind noch Schwitzer. Ich hab die gesehen. Da wo ich markiert hab. Das ist irgendwie. Da müssen wir jetzt hin. Wir sind das beste Team. Ja, aber Jeremy, wenn er mich einfach noch mal begleitet, sag ich, ich will nicht mehr mit dir sein. Nein, ich will nicht mehr mit dir sein. Wir sind nur hier. Willi. Ich hab die Burt. Ich helfe dir. Ich habe die Burt. Ich wenne dich berühren. Ich bin die Burt. Ich bin die Burt. Das ist der Burt. Was muss ich denn aufnehmen? Ja, das geht. Wusstest du das nicht? Irgendwann, wenn man sich selbst... Nee, nein, wenn man sich selber mit Benzin vermissen kann, kann man das nicht anrufen. Aber wie ist das denn? Ich glaube, jetzt kommen die Schwitzer. Jetzt kommen die Schwitzer. Der ist gut. Ja, frisch. Oh, der ist offen. Ja, ich hab ihn hochgemacht, deswegen musste er nicht, ob er aufelitieren kann. Weil er wusste, wenn er aufelitiert, kriegt er einen Pit von mir. Das wusste er. Deswegen konnte er nicht aufelitieren. Wie kannst du ihn denn easy holen? Nein, Zone, mach du Auge. Zone macht Auge. Nein, 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 nein. Nicht der Passant. Rück, 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 rück. Ich werde gerade wieder so weiter. Ich werde zu weit noch nicht. Der Hei... Der Hei klingt nicht. Ich werde gewaltig sein. Mit seiner Mutter im Bett. Hey, du kriegst du, kriegst du, kriegst du. 4 Sekunden greifen. 3 Sekunden. Aber wie ist das? Der Hei liegt so krass. Der Hei liegt so krass. Das ist so dumm. Bei mir lag noch ein Mädchen dabei. Wenn du dir das holst, bist wehtut. Endlich. Seine Freundin habe ich da letztendlich gelöst. Ich kann es mit da reingehen. Lade sie mal ein. Ich brauche immer, wo man da ist. Ich habe mir erst mal eingeladen. Ich habe ihn noch kurz mal. Ich habe den Schein. Weil er mich schon anruft. Das war's jetzt. Guck mal. Weißt du? Ich habe den Schein. Er hat den Schein letzten. Also heute schon. 15 auf 44, wo wir gespielt haben. Der Schein. Die Bastard fehlte nicht bei einer Freundin bei. Ja, und dann hat er jetzt schon. Machst du sie an. Und du bist tot. Ja, aber da vorte Stuhl. Wird nicht meine Freundin bei. Warum macht er nicht seine Freundin bei. Dann kann ich nicht das rechte ziehen. Okay, gib den Pals. Aufgesicht da. Oh! Soll ich nicht schreiben? Ich will nicht mehr mit dir. Weil, das bringt doch nichts. Ich schreibe ihm mal, dass wir sehen müssen. Oder? Stimmt doch auch. Ich meine es über Sprache, weil es geht schneller. So zu schreien über Sprache. Also ich übersprache eine Nachricht über dieses Mikro da. Geht halt schneller. Ich muss mit dir reden. So geschäbt. Musst du aber nicht. Ich muss mit dir reden. Komm meine Gruppe, wir regeln. Ich muss mit dir reden. Komm meine Gruppe, wir regeln. Ne, musst du was. Ich tut mir noch mal einen, ja. Aber er liest halt auch nicht diese Nachrichten. Nein. Das ist dumm. das war jetzt noch immer davor von außen Was ist das denn? Hat's hier? Hier haben wir die Richtung! Hier haben wir die Richtung! Hier weg! Hier weg! Was ist das denn? Äh, bau dich heilgurt mit einem Fies und dann zieh mich, äh, beißt im Augenblick! Ja, dann macht's das, ey! Ja, der war schon davor halt! Der war schon davor halt! Der war schon davor halt! Das war der andere, wo du mit Auto gehen kommen wolltest, hat der dir auch eben gebraucht und hat dich aufgemacht. Ja, aber auf dem Null, die ist der nicht aufzieht, die ist die 2, also! Ja, aber... Ja, aber... Lauf nun auch wieder nicht! Ja, aber... Ja, mach ruhig! Aber... Ja, weil er schreibt halt... Er tut halt nicht, ähm... Lesen, weil er halt das Internet aus hat! Und dann schreibt er wieder, hä, wieso? Mach doch jetzt und so über Anruf! Aber das ist unangenehm über Anruf! Das macht viel mehr Spaß, wenn man das so sagen kann! Gell? Da hat man wenigstens nicht so Druck! Ich hoffe, er macht noch mal auf Öffentlich, dann kann ich das mit ihm regeln! Ja, ich weiß halt eh, was bringt's mir! Also... Was bringt's mir, wenn... Ja, ich hab Update! Und ich hab da auch mal ne Spannung auf die Schamke an! Oder ein bisschen lieber mit Alina! Und ja, geschehen, lieber mit Alina! Achso, Al... Ja, das Schlimme ist... Das Schlimme ist... Ja, das Schlimme ist... Ja, das Schlimme ist... Ja, so... Es ist angefangen, weil Vanessa sagt! Umso mehr er Vanessa gemocht hat, umso schlimmer ging es sein wird! Jetzt hat er keine Beziehung zu lassen... Es ist... Ich könnte aber einen Job nicht auf selber schnitt, dass sie keine Freunde kriegt, wenn er so macht bei Mädchen! Oha, die Gefühle... Guck mal, die Gefühle... Guck mal, die Gefühle... Guck mal, die Gefühle... Guck mal, die Gefühle... In der ersten Sekunde für ein Mädchen! Was denkst du denn? Guck mal, Alina hat ja auch keine Gefühle, dass sie mit ihr zusammen essen! Also zusammen weiß ich nicht, aber ich geh mal von auf, weil ich geh immer! Ja... Ja... Dann sag ich auch ganz ehrlich... Ich werd dann sagen... Was für ihn ist so schön? Ich geh aber gar nicht mehr... ...weil vor allem... ...weil vor allem... ...kann ich gar nicht nachbauen... ...kann ich auch nicht nachbauen... ...nein Freundinnen... ...und der Spielgang... ...kann ich vernachlässigt? Hier nicht vernachlässigt? Vielleicht ist nicht... ...aber das... ...der sollst du lieber... ...deine Freundin... ...zeit entleeren... ...sabelt ihr? Das können wir... ...das können wir so machen... ...und sie werden sich nicht da... ...und sie haben... Ja, bitte staunen. Ja, bitte. Ja, schon, aber ich hab halt mehr. No scope. Er legt mich eigentlich, muss reingehen. Ja. Ja, bitte. Also, man muss das schon wieder sagen. Jeremy hat keine Befügelzangen gefüllt, gell? Ja. Ja, ich hab einfach gesagt, ja, das kannst du noch nicht. Das ist so, das ist so. Wenn wir jetzt du möchten. Ja, so, ja. Und dann hab ich gedacht, ja. Also, du machst dann lieber mit Alina und so. Stopp, irgendwer oder so. Ja. Ja. Ja, einfach so. Also, wenn wir jetzt du, na jetzt, sei mal. Ja, na. Ja. 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 Ich sag's so, es lohnt sich auch nicht, wenn wir dummild sind. So, es passiert gar nicht mehr. Es ist immer mit seiner Freundin. Ich kann's auch irgendwie verstehen. Weil, seine, seine Freunde sind ja nicht benachlässig. Der, so, kommt halt, ähm normal. Sie ist komplett nett aus. Aber die sind überall schon so nett. Und dann, ja, okay, ist in Ordnung. Ja, ja, mitte. Also, ja, ist in Ordnung. Ich hab keine Gefühle geflüchtet. Voll ehrenlos von Jeremy, gell? Ja, der hat ihn. Ja, der hat ihn. Ja, der hat ihn. Wer hat ihn jetzt beschrieben? Ja, Junge, Junge. Ey, ich hab den Naser geflüchtet, wenn ich den Video anschaue. Ey, wenn ich das was jetzt gemacht habe. Ich hab nur ein bisschen wichtige Leute beschreiben. Nee, nicht viel mehr. Ja, ich hab den Kanal hin. Ist das jetzt schon? Ein Vorschlag. Oh, nein. Oh ja, kein Vorschlag, kein Vorschlag. Mach es vorbei. Mach es vorbei, mach es vorbei. Mach es vorbei. Aber, komm mal... Du Lyn ist bei dir das ... Es ist bei ihm ein Board. Ich versteh das gar nicht. Ja, ja. Ich versteh das gar nicht. Wieso? Ja. Guck mal, ich hab auch so Freunde gesagt, ich kann's auch verstehen. Die Freunde sollen nicht vernachlässigt. Wir haben so komplett weg, gell? Hattest du das so gesagt? Ja, okay. Kann ich so machen. Kann ich so machen. Kann ich so machen. Ja, in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Nee, er hat dann... Oh, voll, sie hat rausprobieren. Ich dachte, ich treffe... Ich dachte, ich treffe eh nicht. Naja... Naja... Irgendwie... Aber warum hat mich immer ein E-Mail genommen? Denn... Und warum... Warum muss ich immer... Warum muss ich immer so was sagen? Er nicht. Er muss doch selber sehen. Wenn wir nichts machen... Wenn wir nichts machen... Muss er sich doch selber... Oder nicht. Ich denke... Ich denke, das ist so Reizen und Verantwortung und so schon. Aber nee, Digga. Er fällt sich wie neugieriger. Naja... Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und was denn ist... Ja? Nee, nee, das hätt er nicht fahren können. Weil ich hab schon... Ich hab's schon gesagt... Ich kann verstehen... Wegen Freundin und so und so. Und weil wir nicht mehr zocken. Also wir sollten nicht fahren können. Das hat sich schon von alleine... Ne? Beantwortet. Äh... Bei den Lagen nehme ich nicht mit. Weil ich... Ich... Aber... Ich hätt' ehrenlos von ihm. War ich ganz ehrlich. So, oder? Wir waren so beste Freunde und so. Und jetzt... Ja... Keine Ahnung. Er schreibt auch manchmal... Beleidigt er mich einfach so... Obwohl ich nichts getan hab. Der meint ja das sogar noch ernst. Schreibt er... So Freunde von Wer mit einer Freundin spielt dann manchmal... Wenn die... Wenn... Also wenn... Seine Freundin nicht da, spielt dann manchmal mit... Weil wahrscheinlich seine Freundin nicht mehr online... Immer wenn seine Freundin... Ich hab sie ja in meiner FA... Immer wenn meine... Immer wenn seine Freundin auch fallen kann... Bitte. das zu sagen wenn sie auch wenn man jungs so noch so ein bisschen ich will ich will oder er nimmt mich einfach so schlecht Was ist das? Was ist das? Okay, lassen wir den Schrauben. Das ist noch ein Schweiferspruch. Das ist glaube ich, die da oben. Das ist ein Schrauben. Das ist ein Schrauben. Das ist ein Schrauben. Ja, das ist ein Schrauben. ... und das ist ein Schrauben. Jetzt gibt es einen Schrauben. Und was passiert ist? Es passiert nichts. Ich habe... Das ist ein Schrauben. Ich habe eine Schrauben. Ich habe zwei Schrauben. Ich habe zwei Schrauben. Und die auf zwei Seiten. Ich brauche zwei Seiten einfach zu fahren. So ist es auch geil! Ja, was willst du sagen? Da. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Was ist denn? Warte, ich will noch das eine. Ich kann mich nicht hoch und nicht nur damit schärfen. Jetzt hat man die nächste Flächen. Denken wir auch nicht da. Ich bin nicht kleiner Anlieger. Aber schon. Irgendwann schon. Ja. Ja. Schönen. So. Ich bin der Röne. Ich bin der Röne. Ich bin der Röne. Einer findet, einer, einer gemacht worden von mir. Ab in den Mitteln. Wer sind die Besten? Wer sind die Besten? Was? Soll ich nur sagen? Soll ich mal Jermia als nächstes provozieren? Und sagen, ja, ich und Robert sind die Besten im Team? Soll ich zu machen, wenn du das beste Team? Soll ich zu sagen? Ja, mach mich. Ja, darfst du, darfst du... Mach mich? Egal. Könnt ihr erzählen? Weil es zwei mit... Egal. Egal, ich soll nicht selber. Ach, wie cool. Ja, ich hab eh, medkit von eben, ja. Das war cool. Ja, mach ruhig. 15 sind sie auf der Schmennensau. Ah, nee. Ja, mit dem P. Ich hab drei Jumpetsber jetzt drauf. Ja. 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 Naja. Aber ich muss eh sehen. Ich bin jetzt in die Karte. 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 Oh, nicht mehr. ist das ein auto war bei dem drinnen gerade aber konnte nichts machen er hat so also wir haben die genannten und 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 10 stück Ich nehme auch so. Ja, hier 10. Ich dachte, wenn der diese Kitty-Watt war, hatte ich zwei Jump-Pads mit dem Verbander. Aber hast du da oben in die Mitte? Ja, das muss man sagen. Das muss man sagen, auf den Fall. Oh, was wollen die Gegner machen? Du hast Kitty-Loot, ich hast Wettler. Nein, den baue ich nicht. Ich habe einfach Wettler. Du hast die... Ich hole ein Jagdgewehr. Ich schaue auf den, okay? Hast du noch so? Du hast ein Jagdgewehr oder so? Nein, lass mich nicht, ich habe Jagdgewehr gefunden. Ist der da hinten? Ist er gut? Okay, ich gehe dann mal wieder. Ja, ich hole mir erst wieder meine Anti. Anti ist wahrscheinlich wichtig. Ja. Sein mal bitte. Sein mal bitte. Ist der jetzt noch kurz leise, okay? Der hat kein Aim. Die Dachse aim, Doktor. Der hat keinem da. Der hat keinem da. Der hat keinem da. Ich bin jetzt hier. Bestes Team ever.